Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Das ist Teil 2 zu dem Minecraft-Fragen-Fist, das ich mit Justin hochgeladen habe. Falls ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Da habe ich euch den ersten Teil verlinkt. Auch Justin ist dort verlinkt. Schaut auch gerne mal auf meinem Discord vorbei, der ebenfalls dort verlinkt ist. Dort könnt ihr mir Video-Ideen schreiben, mit mir zocken und mit mir auch einfach mal ein bisschen privat schreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen, euch dort zu sehen. Doch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Oh, wann der Wurrwarr hinzugefügt wurde. Oh Gott. 1.3, 1.5, 1.6, so lange spiele ich noch nicht mal Minecraft. Ich spiele seit der 1.6, aber ich weiß noch nicht, ob es da... Gut, dann gab es da auf jeden Fall schon mal Wurrwarr, aber ich habe keine Ahnung, wann der eingefügt wurde. Ah, hm. Ich kann schon wieder nur raten. Ja, ich auch. Was sagen wir denn? Du gehst zuerst diesmal. Ich würde sagen 1.3, einfach die früheste Version, den muss es ja schon ewig geben. Ja, dann... Okay, ich sag 1.5. Okay. Ey, ist echt gut. Ich kann nicht respawnen. 1.4 ist es, 1.4 ist es. 1.4, oh, okay. Wusste ich von Anfang an direkt. Ja, klar. Wir sind nicht zweimal gestorben, nein. Es steht auch gar nicht in dem Scoreboard, wie schlecht wir sind. Müssen wir ausblenden, müssen wir ausblenden. Ja, genau. Einfach abschneiden, das halbe Bild. Also, wie tief können wir fallen in Blöcken, ohne zu sterben wahrscheinlich, meint er. Oder ohne Schaden zu bekommen. Ohne zu sterben. Ohne zu sterben, ja. Genau. Also, so, dass wir gerade noch so ein halbes Herz wahrscheinlich haben. Ich sag dir, ich bin hier rangegangen mit dem bisschen so easy, wir seid ja in Minecraft, das kriege ich einfach hin in 1.8. Auch noch so eine alte Version. Und jetzt kommt hier sowas. Ich glaube, ich bin mir, glaube ich, sicher hier. Ich glaube, es ist 23, weil ich glaube, bei 24 stirbt man. Okay, okay. Dann das ist das Problem. Uh. Easy. First try auch noch hier. Okay, was ist jetzt? In Vanilla, Minecraft, can you survive 168 blocks, fall with the best possible armor, without water, vines, letters, etc.? Das weiß ich jetzt nicht. Es ist das Nein. Das hört sich viel zu hoch an, finde ich. Ich würde Nein sagen, oder? Das stimmt, ja. Ich glaube, das ist auch viel zu hoch, ja. Das sind ja fast 200 Blöcke. Ja, okay, das ist das. Wir sind zu gut. Wir sind zu gut. Also, die Frage ist, wie viel höher steht man, wenn man auf einem Zaun steht? Genau. 1,25 Blöcke, 2 Blöcke. Ja gut, es ist entweder 1,5 oder 1,25. Ich würde 1,25. Es gibt, soweit ich weiß, keine 2,5. Also, entweder 1 oder 1,5, würde ich sagen. Okay, 1 ist es safe nicht. 1 ist es nicht. Es muss 1,5 sein. Ich wüsste nicht, dass Minecraft 1,25 Blöcke anbietet. Das stimmt auch wieder. Ja, dann rein da. Oh, das war klar. Nice. Wir haben einen Run, wir haben einen richtigen Run. Ja, der endet gleich bestimmt. Bitte nicht. Was ist das Minimum von Blöcken, Iron, Gold, Diamant, EC, was benötigt wird, um ein Beacon zum Leuchten zu bringen? Naja, das ist ja 3x3-Felgen. Genau. 9, ne? Ja. Das war einfach. Nice. Also kann man Blocks bewegen, die die Sachen drinnen haben, wie Kisten zum Beispiel. Genau, Kisten hier. Mit Pistons und so. Ob man die bewegen kann, wenn jetzt da was dründet oder so. Denke mal, dass das nicht geht. Oh, ich bin mir da echt nicht sicher. Es könnte sogar... Ah, ich weiß es nicht. Obwohl, also ich habe früher viel mit den Dingern gemacht. Das hat Spaß gemacht, damit so rum zu experimentieren. Aber doch, ich gehe aufs Risiko und würde doch auf Ja tendieren. Hätte ich jetzt sogar auch gesagt. Ja, lass uns das mal probieren. Ich bin tot. Ah, okay, ich probiere es mal lieber nicht. Es ist doch nein. Lol, okay. Irgendwas war da tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht, okay. Nice. Ja. Oh. Ach so, das ist dann vielleicht ein Tipp. Vielleicht ist die Frage so schwer, dass wir einen Joker haben. Und falls wir es nicht wissen... Nee, ich verstehe das nicht. Okay, also hier ist doch die Frage oder nicht auf dem Button hier. Könnte es... Ja, eigentlich was... Hä? Hä? Was ist jetzt passiert? Nope, wrong and now you have gained five answer points. Was? Was? Was haben wir falsch? Wieso? 9 Punkte bekommen. Wieso? Hä? Oha. Was haben wir denn jetzt falsch gemacht? Ich will doch nur die Frage lesen. Das ist so ein DER. Äh. What is the exact amount of time required for day and night to finish? Alles weiß ich. 20 Minuten. Das hatte ich in meiner Game Show. Dann gehen wir auf die 20. Ja. Super. Minus fünf Punkte, aber wir haben es geschafft in den nächsten Raum. Oh man. Also wie viel Power hat ein Redstone, also ein Redstone-Block, wenn du da jetzt Redstone-Block setzen würdest, wie viele Felder würde das Redstone beleuchten? Ah, das wusste ich auch mal. Nicht so viele. Ich würde 12 sagen. 12? Oder 13. Also so weit ist das gar nicht. Immer so viele Repeater setzen. Stimmt. Ich hatte auch zuerst im Gedächtnis 15, aber 15 klingt echt schon ein bisschen zu viel. Es ist immer... Also Redstone ist immer so... Nee, eigentlich... Nee. Einfach nee. Einfach nee. Einfach nee, okay. Ähm, ähm... Nö. Ähm. Ja, hab ich doch gesagt 13. Scheiße. Scheiße. Also wenn ich jetzt auf 13 draufgehe und es auch falsch ist, dann... Dann ist es 15. Oh, okay. Vielleicht ist es ja wirklich 15. Aber 20 kann es nicht sein. Ja, okay. Du musst auf 15 gehen, dann gehe ich, wenn ich es dir definiert. Ja, okay. 15 hat es klappt. Hm. Eine Frage brauchen wir auch noch. Äh, kann der Wiver... von diesen Dingspotions, von den Heilungspotions betroffen werden? Ööö. Ja, gut. Im Prinzip können alle Entities, soweit ich weiß, also alle Monster und so weiter von Effekt betroffen sein, oder? denke auch vielleicht ist der einzige der sich also die chance steht 50 zu 50 also als minecraft auf die 1 8 abgedatet wurde zwei hasen haben zwei hasen typen dann hinzugefügt was ist der name von den beiden ich weiß es glaube ich glaube es war das killer banni oder nicht das war doch das mit den roten augen stimmt das kinder banni das einen angreifen genau oder ja genau richtig kann man springen wenn man blind ist ja kann man ja das ist ja nur dass man nicht viel sieht man ja was kann man ja nein nein natürlich kann man es nicht stimmt ja okay jetzt kann es ja auch erst natürlich kann man es nicht weil ich hatte ich hatte öfters mal bei adventure maps dass ich dass wir blind gemacht wurden und dann konnte man immer nur so über einen block weite blöcke springen weil man nicht sprinten konnte stimmt okay das wusste ich nicht ich mache immer andere leute blind wenn ich sie trollen will aber ich selber bin nie blind okay was haben wir hier each chunk consists of oh wie viele blöcke enthält ein chunk das ist doch schon wieder so eine aber wir haben wir haben aber das gefühl es ist irgendwas mit 60.000 ich tippe wieder auf gerade zahlen ich gehe nicht davon aus dass es ungerade ist eigentlich muss es gerade sein dann wäre ich eher bei 64.000 als bei 65.000 ja ich gehe drauf okay ich gehe extra drauf 65.000 ist es auch nicht raus geschnitten okay okay das war es also nicht wo bist du drauf wo bist du drauf gegangen 65.000 du bist auch die da ist doch nichts gerades ja es ist es wieder mal nur warten wir gehen einfach gleichzeitig auch auf eine der beiden platten auf drei ok 123 ok nächster raum was haben wir hier wie viele schichten von schnee sind werden benötigt um einen schneeblock zu machen ich bin sogar nur für 10 wie hoch ist denn ein layer so hoch tatsächlich ja deswegen dachte mir schon ja dann doch eher 10 wahrscheinlich das ist weniger ich gehe auf 8 ich gehe auf 8 ich werde es probieren ok 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 ja 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 oha echt so wenig könnte ich echt nicht gedacht krass ähm glas durch glas sehen nein also stimme frage weil er die antwort hierhin gemacht hat ja aber gut wir können ja wir können so nicht sehen Ah, letzte Frage Kann ein Wither Ein Minecart fahren? Ein Wither? Äh Ich würde jetzt Nein sagen, oder? Ich Stell mir das lustig vor Ein Wither in einem Minecart Der schwebt doch Der würde doch über einem Minecart schweben Das ist ja nicht wie bei einem Villager oder so Das ist true Also nein Ja, fertig Oh, es regnet Thanks for playing Jetzt sieht man hier auch nochmal Thanks for playing Und hier sieht man nochmal, wer die Map gemacht hat Auf jeden Fall Props an dich Das ist echt komisch Ich hätte davon so viel nicht gewusst Oder habe ich auch nicht Ja, gut Bei manchen Fragen dachte ich mir auch so Okay, hätte ich nicht gedacht Ich bin da jetzt reingegangen und dachte Das wird doch easy Ich spiele so viel Minecraft Und so viele Jahre schon Und dann sowas Ja, ist so Auf jeden Fall Hat es mir auf jeden Fall Spaß gemacht Wenn ihr mehr von mir und Justin zusammen sehen wollt Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare Guckt auf jeden Fall auch mal in die Beschreibung Da findet ihr Justins Kanal Wir sehen uns beim nächsten Video übermorgen wieder Bis dahin Und tschüss Ciao, ciao Ciao Bis zum nächsten Mal.